Musik So, seit dem letzten Video sind 12 neue Freundschaftsanfragen auf Facebook. Und 85 neue Abonnenten dazu gekommen. Das bedeutet also, es wandern weitere 9,70 Euro in die Eule. Vielen Dank dafür und jetzt viel Spaß bei dem neuen Video. Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und zwar heute wieder mal seit langem ein Tutorial. Und zwar, wie baue ich eine Torfkanone? So, also jetzt für die Leute, die jetzt denken, Torfkanone und haben ein dickes Fragezeichen über dem Kopf. Bei einer Torfkanone geht es einfach darum, Wasserwerte, gerade den pH-Wert, zu senken. Wie das zum Beispiel viele auch mit Holz oder Laub und sowas in ihrem Aquarium machen. Wenn sie zum Beispiel Salmler oder jetzt irgendwelche Wildformen von Kampfischen pflegen. Dazu gibt es mehrere Bauanleitungen. Das Prinzip ist aber immer gleich. Ich filtere Wasser durch Torf und ziehe mir damit Stoffe aus dem Torf raus, mit dem ich den pH-Wert senke. Dazu habe ich mir eine kleine Apparatur ausgedacht, die sehr wahrscheinlich einige schon kennen. Das ist ein altbewährtes Ding. Und zeige euch jetzt den Aufbau und wie das Ganze funktioniert. So, für den Aufbau der Torfkanone brauchen wir eigentlich nicht viel. Außer zum Beispiel einen kleinen 5 Liter Eimer. Ihr könnt auch ein anderes Gefäß nehmen. Ich hole jetzt einfach einen 5 Liter Eimer, weil da die Größe dann klar ist. Einen 10 oder 12 Liter Eimer. Und Filterwatte braucht ihr auch noch. Und man sieht das Wichtigste, ihr braucht Torf. Das Ganze sieht so aus. Wichtig ist bei dem Torf, dass der ungedüngt ist. Zum Beispiel, das ist jetzt hier von Miniball. Ihr könnt aber auch zum Beispiel Floragard nehmen. Halt darauf achten, dass er ungedüngt ist. Hier steht jetzt zum Beispiel auch noch drauf, dass er als Einstreu für Kleintiere geeignet ist. Also könnt ihr sowas zum Beispiel auch aus dem Laden nehmen, der Reptilienbedarf führt. So, also als allererstes nehmt ihr euch dann diesen kleinen Eimer und bohrt an die Unterseite, wieder mit dem Akkuschrauber, einfach ein paar Löcher rein. Als nächstes braucht ihr dann den großen Eimer. Den ist einfach nur als Gefäß, in den praktisch euer gefiltertes Wasser reinseckert. Den kleinen Eimer müsst ihr hier oben drüber bauen, dass das Wasser praktisch durchlaufen kann. Ob ihr da jetzt für den Kleiner mal draufstellen ein paar Holzlatten nehmt oder was anderes ist euch überlassen. Wir haben das Ganze jetzt so gelöst und haben uns aus Styrodur einfach so einen Ring geschnitten, der auf diesen Eimer passt, in der Mitte mit diesem Loch, der praktisch für diese Löcher gedacht ist, dass das Wasser auch durchlaufen kann. Das ist also die Torfkanone und jetzt machen wir den Aufbau, wie ihr filtert damit. So, ihr nehmt euch schnell den kleinen Eimer, nehmt euch Filterwatte, das gibt es zum Beispiel auch als Vlies zu kaufen, aus dem ihr es jetzt einfach dann passend zuschneiden könnt. Die lose Filterwatte ist einfach wesentlich billiger, also nehmt sowas und legt die locker in den Eimer rein. Nicht so fest, das soll also nicht komplett dicht sein, sondern nur, dass ihr den Torf jetzt hier drauf machen könnt. Der Torf kommt hier oben drauf und durch die Filterwatte geht zwar die Stoffe, die ihr haben wollt, mit dem Wasser hindurch und sammelt sich in den großen Eimer, aber Feinanteile und kleine Schnipsel, die ihr eigentlich nicht im Becken haben wollt, weil es eigentlich jede Menge Dreck macht, bleiben größtenteils zurück. Gut, nachdem ihr jetzt die Filterwatte in den kleinen Eimer gemacht habt, nehmt euch den Torf. Das ist hier jetzt so eine Haribo-Schachtel, die es zu kaufen gibt für 5 oder 8 Euro. Da ist der Torf drin, also der ist so ein bisschen grobkörnig, das ist aber ganz normal. Den macht ihr ein bisschen klein und füllt den einfach auf die Filterwatte. Macht den noch ein bisschen klein, falls da dickere Stücke dabei sind. Das kommt vom Trocknen und vom Pressen, also da braucht ihr jetzt keine Angst haben, dass der Torf schlecht ist. Sieht dann also von oben so aus. Dann braucht ihr euch nur noch euren Eimer zu nehmen, das Ganze oben drauf zu stellen. Und dann habt ihr den Aufbau von eurer Torfkanone schon fertig. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist Wasser zum Filter. So, also das ist jetzt das Ausgangswasser, wie ihr seht. Da ich ja Malawi-Bundbarge habe, optimal, habe ich einen pH-Wert, der immer über 8 liegt. Das ist jetzt mit der pH-Sonde gemessen. Ihr müsst das Wasser kontrollieren, wenn ihr mit der Torfkanone arbeitet, um dann halt dort zu stoppen, wo ihr mit dem pH-Wert natürlich hin möchtet, je nachdem, wie niedrig ihr müsst. Das könnt ihr wirklich nur mit einer Sonde oder zur Not halt mit diesen Stäbchen machen. Tropftests bringen euch da leider nicht weiter, da das Wasser sich halt bräunlich oder gelblich verfärbt. Das heißt, mit dem Farbumschlag wird es da Probleme geben, das Ganze abzulesen. So, nachdem ihr das jetzt alles aufgebaut habt, müsst ihr nur noch das Wasser durch den Torf schütten. Man hält schon, wie es durchschleift. Je lächert ihr in einem Eimer bohrt, umso kleiner ihr die wählt, umso besser, weil umso langsamer sickert das Wasser durch den Torf, umso mehr Stoffe nimmt es mit. So, das Ganze dauert jetzt ein bisschen. Was ihr noch wissen solltet, bevor ihr das Wasser benutzt, filtert, sagen wir mal 10-20 Liter vorher durch, dass ihr Feinanteile, die trotzdem durch die Filterwatte durchgehen, dass ihr die weg habt und nicht im Becken. So, also wir haben das Ganze jetzt einfach 5 Mal durch die Apparatur durchlaufen lassen und ihr seht, was mit dem pH-Wert passiert ist. Der ist ein ganz schön fettes Stück gefallen. So, also wie gesagt, nicht nur am pH-Wert hat sich was getan, sondern auch an der Farbe. Auf der einen Seite seht ihr jetzt das Ausgangswasser, das noch schön klar ist und auf der anderen Seite das Wasser, das wir jetzt 5 Mal durch die Torfkanone haben laufen lassen. Das schon schön gelblich ist und umso öfter ihr das macht, umso dunkler wird das Wasser und umso niedriger wird der pH-Wert werden. Also, wie ihr jetzt gesehen habt, ist das Ganze recht einfach. Was ich noch dazu sagen muss, der pH-Wert wird immer niedriger gehen. Beispiel für Beta-Per-Sephonie, das ist eine Wildform vom Kammfisch, die pH-Werte 5 und tiefer bevorzugen, was man so liest, was echt schon krass ist. Dazu müsst ihr wissen, der pH-Wert bleibt nicht auf Anhieb dort, wo er ist. Der wird nochmal höher gehen, wenn ihr den praktisch nach unten gedrückt habt. Also, es wird eine längerwährige Prozedur sein, würde ich auch empfehlen, jede Woche einen Wasserwechsel zu machen, bis ihr bei diesem Wert seid, den ihr wollt. Und dann erst die dementsprechenden Fische einzusetzen. Zudem sei auch noch zu sagen, viele Fische, wie zum Beispiel auch rote Neons, bevorzugen auch das dunkle Wasser. Die fühlen sich dann einfach wohler und die Farben sind auch krasser. Wasser. Ist ein bisschen Gewöhnungssache mit dem teefarbenen Wasser, aber es lohnt sich wirklich. Auch noch zu sagen soll sein, wenn ihr jetzt einen sehr, sehr hohen pH-Wert habt, so wie ich, und müsst sehr, sehr tief, was dann schon eine längerwährige Prozedur ist, und ihr habt jetzt keine Lust, euch irgendein System mit zum Beispiel Lufthebern zu bauen, um das Wasser immer hin und her zu pumpen, dass ihr nicht da ewig jetzt stehen müsst und das Wasser rumgießen müsst. Das kann dann halt teilweise sein, dass ihr da 100 Mal Wasser rumgießen müsst. Könnt ihr auch zum Beispiel mit Regen- oder Osmosewasser schaffen. Da geht das Ganze wesentlich schneller. Also müsst ihr das ein bisschen im Auge behalten, bis ihr wirklich dort seid und euch den nicht mehr abhaut. Also messen ist oberstes Gebot bei der Sache. So, was auch noch ein Tipp sein sollte von mir, das Ganze haben wir zum Beispiel am Anfang so gemacht. Wir haben uns einen Damenstrumpf geholt und haben den Torf da reingefüllt. Das sind jetzt ungefähr, ja, zwei, drei dicke Hände voll. Und haben das in so einen Eimer mit 10 Litern gelegt und haben dann einfach mal gewartet. Also es dauert von 8 auf 7 bei uns hier ungefähr eine gute Woche, bis der pH-Wert wirklich dann auf 7 sich einpendelt und auch dort bleibt. Also ihr müsst schon ein bisschen Geduld haben. Zudem könnt ihr das Ganze auch nehmen, wenn ihr jetzt gerade keine Filterwatte habt, könnt ihr natürlich auch in der Tafkanne den Aufbau so machen. Sache ist halt nur, dass da wesentlich, ihr seht schon wie es rieselt, also wesentlich mehr Dreck durchgeht, den ihr dann abfiltern müsst. Wo ihr zum Beispiel einen Kaffeefilter dazu nehmen könnt. Wenn ihr jetzt wirklich Fische pflegt, die niedrigen pH-Wert bevorzugen und ihr natürlich auch regelmäßig Wasserwechsel macht, würde ich euch wirklich ans Herz legen. Arbeitet mit Stoffen oder mit Materialien, die Huminstoffe abgeben, beziehungsweise pH-Wert senkende Stoffe. Wie jetzt zum Beispiel Holz, Ernsthapfen, Blätter, zum Beispiel Seemandelbaumblätter, Esskastanien etc. So Freunde, das war es jetzt mit dem Tutorial zur Tafkanone. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Vielleicht kannten ein paar von euch das Ganze noch nicht und es hat euch ein bisschen geholfen, falls ihr Fische pflegt, die das Ganze bevorzugen. Ich muss noch was ankündigen. Am 31.05., was bald ist, habe ich ja Geburtstag. Da werde ich ein Let's Eat hochladen, das ich ja angekündigt habe oder euch gefragt habe auf meiner Facebook-Seite, ob ihr da Bock drauf habt. Ihr habt in großer Mehrheit dafür gestimmt, also könnt ihr ein bisschen lachen. Wird mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Damit endet aber auch diese 10-Cent-Aktion. Also ich spende ja die ganze Zeit 10 Cent für jede Freundschaftsanfrage und für jedes Abo. Das Ganze werde ich nicht am 31.05. schon platzen lassen, sondern am 1.06. Da werde ich auch direkt nochmal ein Video hochladen, das dann aber im gewohnten Stil ist. Und so viel sei verraten über Gadgets, die ihr ständig in der Hand habt oder Utensilien, die ihr oft auch im Haushalt benutzt oder euch sogar abends vorm Fernseher gönnt. Und werde euch zeigen, was man damit so alles machen kann im Aquaristik-Bereich. Und werde dann am Anfang dieses Videos die letzte Auflösung machen, beziehungsweise die letzten 10 Cent, wo ihr dazu beigetragen habt mit euren Abos und euren Freundschaftsanfragen. Ab dann geht es weiter mit 5 Euro pro Folge. Das Ganze könnt ihr aber in dem Infovideo nochmal nachhören, falls ihr das Ganze jetzt nicht verstanden habt. Das wird bei ungefähr 1.30 oder wurde bei 1.30 unten eingeblendet. In diesem Sinne bleibt mir viel mehr zu sagen, außer besucht mich auf YouPorn. In diesem Sinne, ich bin raus hier. Tschüss. Vor's.